Max und Anna lernten sich bei Bauer sucht Frau kennen und lieben. Doch was wurde aus dem jungen Traumpaar der 18. Staffel? Max und Anna fanden die große Liebe, Max und Anna lernten sich in der 18. Staffel Bauer sucht Frau kennen. Bei dem Jungbauer und seiner Hofdame sprühten auf Anhieb die Funken. Stück für Stück kamen die beiden sich während der Hofwoche näher und Anna lernte Max Familie sowie Freunde kennen. Von Anfang an waren sie für viele Zuschauer das Traumpaar der Staffel. Während der Hofwoche wurde dann allerdings ein Geheimnis um die Blondine gelüftet, welches vorher vor den Zuschauern verborgen blieb, Anna hat bereits eine Tochter. Doch für Max, der zu dem Zeitpunkt selbst erst 27 war, stellte das kein Problem dar. Bei einem romantischen Date kam es schließlich zum ersten Kuss, der die Liebe zwischen den beiden besiegelte. Auch nach den Dreharbeiten konnte das junge Paar ihre Liebe aufrechterhalten, wie sich beim Finale von Bauer sucht Frau zeigte. Max und Anna wohnen nur 35 Kilometer entfernt. Anna wusste nach eigener Aussage schon bei ihrer Bewerbung, dass Max der Richtige für sie sein könnte. Und auch ihre Tochter gewöhnte sich schnell an den neuen Mann, an der Seite ihrer Mama. Zum Glück war selbst die Distanz der Wohnorte bei Anna und Max nach den Dreharbeiten kein Hindernis. Während andere Kandidatinnen quer durch Deutschland reisen müssen, um sich besser kennenzulernen, ist es für Anna quasi nur ein Katzensprung bis zum Maxhof. Die junge Mutter wohnt gerade einmal 35 Kilometer entfernt. Anna und Max leben getrennt. Mittlerweile sind Max, Anna und ihre Tochter richtig eng zusammengewachsen. Auf Instagram teilt das Paar immer wieder Einblicke in ihr Privatleben. Zusammengezogen sind sie allerdings noch nicht. Wie die Blondine auf Instagram verriet, habe das auch noch Zeit. Das Paar sieht sich trotzdem mehrmals die Woche. Wenn es zu einem Umzug kommen sollte, lassen Anna und Max ihre Fans sicher daran teilhaben. Wie die Blondine auf ihnen kommen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020